Ja, hallo an alle, alle, alle Fans, die uns unterstützen und für uns Daumen drücken und alle Freude und wir wünschen euch einfach das Leben genießen, einfach über alles freuen und frohe Weihnachten. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an alle Fans, danke fürs Daumen drücken und wir sehen uns 2014. Tschüss.